Jesus ist geboren. Er ist mal geboren für alle auf Erden, für Gute und Böse, ob jung oder alt, dass alle erlöst und gerettet werden und sehen in Herrlichkeit seine Gestalt. Zu retten? Von was denn? Von Sünde und Hölle. Weil wir etwas leisten? Weil wir etwas sind? Oh nein, nur dafür, weil von Herzen und Seele wir lieben nur ihn, sind wir anders blind. Weil er unsere Sünden aufs Kreuz hat getragen, weil wir ihn ins Leben, ins Herz nahmen auf, weil wir haben Trost in all unseren Lagen, weil er nimmt uns eins in den Himmel hinauf. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!